das war quasi Kirmesabschluss im September auch also fast ein Jahr was? eine Jacke ne? aber auch abends aber jetzt bist du unserer Maschine und den Elementen vollkommen ausgeliefert von nun an gibt es kein zurück mehr wir erzeugen dich der Schwerkraft und jagen deine Bütze ins Unendliche ins Unendliche wir können dein Herz schon über und spüren deine Angst deine Angst du erlebst jetzt einen völlig neuen Teil mit absoluter High Speed Gravity die Hälfte unserer Maschine werden dir den Atem nehmen und das ist schon mal das ist geschehen Chris Wir sind noch nicht oben, der fährt ja gleich noch. Dann fahren wir das ganze mal zu einem Zitatblöden und dann drehen wir den Zentrum ein bisschen schneller. Jetzt sind wir oben! Da 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 Das ist auch mal zu schön, wenn wir das Ganze noch anders Dann drücken wir den Sinn noch mal schnell an Jetzt geht's so an Ich muss ja eher Zeit ein bisschen, ne? Ja Ja, wie schaut's da raus? Ja Wollt ihr noch mal? Ja Wollt ihr noch schneller? Alles klar, dann haben wir das hier, ne? Ja Hammer Jetzt geht's ab, volle Pulle Wollt alles klar, oder? Haha, jetzt geht's ab Pulle Pulle Nice Hammer 4 Wollt ihr Wollt ihr Wollt ihr Wollt ihr Wir haben das noch mal aus Wollt ihr Wollt ihr Vielen Dank.